Falls ihr die letzte Folge verpasst haben solltet und nicht wisst, was passiert ist, könnt ihr jetzt nochmal hier auf die letzte Folge klicken und euch dann insgesamt nochmal anschauen, wen wir gefunden haben und warum das jetzt eigentlich alles so ziemlich abgeht. Da war jemand nicht nackt, nee, da war keiner nackt, aber ihr könnt nochmal draufklicken, wie gesagt, hier in der Mitte. Jetzt, 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 jetzt. Bonio, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zurück in der Superheldenhöhe, in der Liga of Justice, bei Petra, bei Elagard, bei Leuten, die ein viel zu großes Kreuz haben und keiner weiß, ob er jetzt eigentlich ein Iron Golem ist oder nicht oder welcher seiner Eltern denn ein Iron Golem war, der einen Villager anscheinend misshandelt hat. Und Axel ist hier, Petra ist hier und wir waren in der letzten Folge dabei stehen geblieben, dass wir eben jetzt Sören noch finden müssen oder Soren, 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 glaube ich, im Deutschen dann und jetzt diese Map nochmal aktivieren müssen. Das wird spannend, denn ich kann sowas ja normalerweise nicht. So, erstmal mit Petra reden. Ach, Frauen. Ne? Ne? Einmal, einmal über Probleme reden. Ich kann ja die Welt bewegen jetzt hier, Vorbildfunktion und so. Liebe Mädchen der Zukunft, sprecht offen eure Probleme an, wenn ihr welche habt. Ein Nein. Ein Ja ist meistens auch ein Nein. Ein Nein ist meistens auch ein Ja. Macht es den Männern der Zukunft doch mal einfacher, denn angeblich werden wir ja schon alle wieder dümmer, von daher. Danke. So, Magnus. Was ist das? Hey, Smallfryer. Keine Schade in dem Erinnerung, dass du das Ding aufhören kannst. Ich hab's noch nicht mal gemacht. Sehr, sehr, sehr sophisticated. Kannst du das sein? Ich gehe, ich gehe. Ja, alles gut. Ich weiß, was ich... Okay, gut. Alles noch ein bisschen abgehakt. Schauen wir mal kurz, was Lucas sozusagen hat. Wie hältst du, Lucas? Ich bin okay. Das hat alles ziemlich intensiv. Ja, aber wir sind auf dem besten Weg. Ich fühle mich, wenn ich zu viel über das, was passiert ist. Wir schaffen das schon, Lucas. Alles cool. Alles cool. Wir halten es zusammen, okay? Ich kann nicht aufhören, dass du aufhören kannst. Ich wollte gerade sagen. Hey, ich werde okay. Nicht mich über mich. Hm, das wird so ein bisschen böse jetzt. Okay, schade. Das war eigentlich tatsächlich nicht meine Intention. So, Olivia, let's go. Hey, Olivia, are you okay? Oh, das ist doch Unsinn. Perfekt, gut. Mit Axel haben wir noch nicht gequatscht. Können wir uns sehen auch nochmal, denn wir haben Axel richtig vermisst. Supi, gut. Alle happy, Axel happy. Das ist Nizza in Ibiza. Genau, beim Podest müssen wir erstmal unser kleines Bubbles hinstellen. Und das wieder haben wir jetzt. Müssen wir mich tatsächlich mal um die Kombination dieser wunderbaren Bubbles nochmal kümmern. Das kann ein bisschen länger dauern. Ich sage jetzt schon mal, dass ich höchstwahrscheinlich cutten werde, falls ich es nicht direkt hinkriege. Von daher, okay, gut. Ich muss tatsächlich nur den einen überlegen, von daher. Ich habe nichts gesagt. Schauen wir mal. Musste man anscheinend nicht mehr bübbeln. Oh, da. Was war denn Sorin nochmal für einer? Der war das mit den Tränken, ne? Hm, er würde uns ein bisschen helfen. Oh, Gabriel ist auch da. Oh, shit. Blau? Oder Ivor, okay, stimmt. Oh Gott, hopp, 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 hopp. Ne, 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 ne. Jetzt, jetzt, jetzt. Du bist ein fucking Held. Ich bin auch für sofort. Ich darf es bestimmt entscheiden. Wir sollten jetzt gehen. Let's go. Quick time event. Woo! Wenn einer stirbt, ist es okay. Genau. Let's go. Ach komm, Magnus. Alles cool. Schauen wir mal. Ist das jetzt schon das Ende? Habe ich das vielleicht an die andere Folge rangeschnitten? I don't know. Das wäre echt cool, wenn man so ein bisschen die Länge einschätzen könnte, der Folgen zumindest. Fünf Minuten ist das nicht so bombe, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen. Sollte ja so eine Stunde gehen, glaube ich. Okay, everyone, let's get moving. Hey. Hm, Bogen habe ich tatsächlich auch noch nicht benutzt. Thanks. Also so gegen Monster. Mhm. Oh, hello. Hi. Mhm. Ah, ich gebe mir Mühe. Alles gut. Mhm. Genau. Das ist immer richtig. Gutes Herz. Yes, okay, gut. Dann haben wir Magnus auch wieder. Gut, gut, gut. Wir erzählen. Hihihihi. Can't tell if he's awesome or a little bit of a door. Der ist awesome. He's just a little, uh, doofy, you know? Er ist ein schräger Typ, aber unser schräger Typ. Ich wollte gerade sagen. Warum gucken wir so ernst dabei? Oh, jetzt war's schwierig. Okay, jetzt auf Englisch. Ähm. Ich wollte mit Olivia gehen. Ich weiß nicht, ich wollte sie mit Olivia gehen, ich glaube. Aha, aha. Ich glaube, das ist fair. Sort of. Ja, genau. Weil, ne? Okay, gut, das hört sich an wie drei Fragen gestellt und drei sind ja normalerweise in der Filmwelt. Immer so der ausschlaggebende Punkt. Hallo, Zimbels. Egal, wir sind tough. Machen wir schon. Solange uns nicht der... Alright. Let's go, motherfucker. Wir sind ready. Bam, ba-dam, ba-dam, bam, ba-dam, 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 ba-dam. Bats! Bam! Hahaha, bitch. Bam! Okay, gut, jetzt habe ich keinen Dings mehr. Bam! Oh, guck mal, jetzt gibt es tatsächlich auch außenrum so dieses Füge, dass wenn die gelb sind, die in meiner Reichweite sind, das ist tatsächlich ganz interessant. Das heißt, oh, anscheinend doch nicht. Okay. Entschuldigung, okay. Black, Black, Pink Player, Pink Player! Oh, ich habe immer noch den Bogen. Okay, äh, ich verstehe. Entschuldigung. Bats! Okay. Einmal. Das ist gut auch, dann leveln wir ein bisschen eins. Kurzi. Und dann ist der Witherstorm schon. Das ist doch super, dass wir losgegangen sind, wenn jetzt schon der Witherstorm hinter uns ist. Ja. Happy, happy, happy. Da ist schon anscheinend der große Berg. Und hinter uns war tatsächlich gerade eben schon der Witherstorm. Das konnte man kurz in dieser Sequenz erkennen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen, äh, beängstigt. Also es war tatsächlich, glaube ich, nach wie vor die richtige Entscheidung, dass wir gegangen sind. Und, äh, da ist eine sehr große Türe. Die direkt aufgeht, ohne dass wir es zu müssen. Da kommen wir mal klar. Oh, nice. Clean. Cleaner Typ. Oh, Petra. Der scheint es nicht so gut zu gehen. Stört mich. Ich mag Petra. Hm. Ja, und ich fühle mich wirklich nicht in diesen Kolumnen. Ah, komm mal. Okay, guck mal. Jetzt auch direkt der Klasse. Ach, Ruben. Hier fallen wir tatsächlich ziemlich unruhig. Oh, that is deep. That is very, very deep. Go, Ruben. Und A. S. S. Oh, 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 oh. Wum, 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 wum. Helfen, 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 helfen. Oh Gott, Ruben. Oh Gott, heilige Mutter, Alter. Wie sehr uns Ruben gerade fast verreckt wäre. Das wäre tatsächlich sehr uncool. Puffa. Ja. Äh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Oh Gott, Alter. Hat er die Endermänner. Nicht angucken. Hat er die betäubt? Sind das seine Endermen? Nicht angucken. Nicht angucken. Äh, was tun die da? Was ist die große Frage? Oh, ich wollte gerade sagen. Auf Endermann hätte ich euch echt auch nicht was tun. Let's go. Go, Ruben. Oh, da geht die Tür direkt wieder zu. Das ist natürlich recht spannend. Nice. Das ist tatsächlich sehr cool, muss ich sagen. Und schwimm, schwimm. Wow, wow. Oh, Ruben. Direkt voll tapfer. Läuft bei Ruben. Das sieht aber auch tatsächlich so ganz cool aus, finde ich, oder? Oh, be quiet. It's just a pointless building. That's all I'm saying. I mean, look at... Madness, if an artist painted the inside of your mind, that's it. I'm going. Leute. Was ist das, was für mich fällt, um alles zu beachten, um alles zu beachten? Ich will das Super TNT, selbst. Oh, nein, nein, nein. Du kannst nicht sein, derjenige, der weg geht. Das ist es. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ach, sind das Zicken. Sie haben... Ich wollte gerade sagen, wenn die in zwei Richtungen gehen, haben wir ja schon mal vier Augen, die mehr absuchen. Was werden wir jetzt tun? Wo müssen wir gehen? Let's figure it out. Elegard, oder? Dude. Können wir irgendwie noch was Großes erledigen? Ich bin nach wie vor ein großer Elegard-Fan. Diese andere Dude war mir... Dude war mir ein bisschen zu... Zu Dings. Da muss ich nicht mal reingucken, nicht mal überlegen. Okay, let's go. Gut. Petra macht mir ein bisschen Angst. Ich will nicht, dass es sehr schlecht geht. Ich mag dich eigentlich sehr gerne, tatsächlich. Du, was ist los? Erzähl mir mehr. Ruben weiß es ja anscheinend schon. Bist du verliebt? Ich vertraue dir. Vollkommen. Gerne. Was... Was ist denn jetzt? Was ist das? Was ist das? Oh, verdammte Schei. Ja, 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 jesuuh. Äh, und? Einmal hier. Und? Baby. Ach du Shit. Oh Gott, was ist das denn? Ach, das ist das Amulett, oder was? Amulett holen, Amulett holen, Amulett holen. Äh, bist du in Ordnung? Genau, ich wollte gerade sagen Wir machen das so oder so Wir sind coole Dudes Verdammt nochmal, ey Diese Rängelschwänzchen So, erstmal das Amulett jetzt Na, konzentrieren, Fokus, Mitte Und Amulett holen, Amulett holen, Amulett Abholen, wie von der Schule Ich hole mein Amulett ab Nice Got that back Vielleicht finden wir Soren jetzt hier Zumindest Könnte das der Fall sein, das sieht ziemlich so aus Wie ein kleines Hütchen Hütti, Hütti, Wau, Wau Hütti, Hütti, wir haben ja auch Tatsächlich ganz interessant, dass wir damit alles ausleuchten können Und das so von automatisch leuchtet Wenn eine bestimmt super Energiequelle Für die Zukunft Beziehungsweise könnte man davon Mehrere Sachen mal bauen Oder craften Denn dann hätte man immer eine Dauer auf der Energieversorgung Ich sagte gerade, ich müsste rülpsen Das macht man aber nicht in klassischen Let's Plays Deswegen Habe ich das mal gelassen Gerne Gerne geschehen Könnt ihr mal ein Like da lassen Wenn es euch gefällt, dass ich nicht rülpsen in Let's Plays Bin krasser Typ, ich weiß So Das Amulett weiterhin in der Hand In einem ziemlich langen Gang Ich denke, ich konnte da so oder so nicht runterfallen So nach wie vor wie die Sequenzen immer Kann ich jetzt hier durch Oder kann ich nicht da durch Ja Oh, guck mal, ist sogar ausgegangen Und das sieht aus wie Eine riesige Bibliothek In der Surin höchstwahrscheinlich am Forschen ist Zumindest Habe ich das schwer mal Darin sehen wir schon die Blöcke der verschiedenen Helden Oder zumindest Des Ordens Okay, cool Einmal Eisen Das hier ist Maragd Diablöck Ja genau Und Redstone In der Mitte auch noch irgendwas So, dann schauen wir doch mal Wer denn potenziell hier drin sein könnte Denn es sieht aus, als wäre hier eine Geheime Bibliothek So, ich laufe ein bisschen schneller Meine Güte, das konnten wir auch machen Pieken wir mal Ganz fix rein Ein Surin da Kein Surin da Oh, shit Kein Bock auf so creepy shit Oh, yo, oh, yo Panik, yo Ninja Attacke Das ist Surin Äh, das ist Ivo Meine ich natürlich Äh, hallo Hallo Ivo Ach, Ivo Du verdammtes Stück Beruhige dich Äh, ich weiß nicht Ich glaube, wir sind hier für die gleiche Ich bin hier mit der Order Um zu finden Soarin Super TNT Wir werden Ihr Witherstorm Der Order Haha Believe mir Das Plan wird in der Gesicht in mehreren als einer Sie können Sie können helfen Aber ich 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 wähle nicht Out aus Oh, Gott Jetzt gibt's einen Fight Warte, der kann Scheiße Der Orden soll entscheiden Ich wollte gerade sagen Wenn die wieder aufeinander treffen Vielleicht Und Bam Ah, Ivo Und Gotcha So, was tun, was tun, was tun Nice Cool Bats, Alter Hauptsache, wir verprügeln den die ganze Zeit Das ist der Einzige, der tatsächlich uns wahrscheinlich helfen kann Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Oh, Alter Ah, ja, genau Als hätte ich so Reflexe Oh, oh, nein Petra Okay So, komm, komm, komm Zieh Oh, cool Vielleicht Oh, nice, nice, nice Alter, wir kriegen den die ganze Zeit noch Der ist so voll der Übermensch Der kann doch nicht da raus Der kann doch nicht da raus Lass ihn nicht hinkommen Genau Alter, was eine Szene Ja, da braucht er wieder eine Waffe Genau, nice, okay Okay, nice Oh, Gott Oh, Gott, okay Fast ein bisschen Damage kassiert Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein Nicht Petra Bats Nice, okay Und ihn noch eine mitgegeben Natürlich ist dafür Zeit, jetzt ergib dich endlich Und lass den Orden über dich entscheiden Nice Oh, nein, oh yeah, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein Nicht dein Ernst. Oh, bitte sind die jetzt da. Bitte sind die beiden jetzt auch da. Fuck. Fuck, 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 Alter. Oh, ey, so in so einem Moment zu cutten, ist so gemein. Oh, verdammt. Warum ist das im End? Warum ist das im End? Only time will tell. Okay. Leute, hier nochmal unsere wunderbaren Statistiken. 32% der Spieler, nice, da waren wir auf jeden Fall im Nachteil. Wir haben natürlich gestohlen. Schauen wir mal, 94% haben Ellie geholfen. Du bist, ich bin auch leider natürlich erst Dings aufgebaut. Das heißt, das einzige Hipster-Modul, was wir gewählt haben, das sind die Hipster-Module, das sind die, die weniger gewählt haben, weil Hipster machen ja nur das, was andere nicht machen, obwohl sie so viele sind, ist das erste gewesen. Ähm, was war denn das mit Ellie, ähm, hat Ellie geholfen, den Befehlsblock zu bauen? Achso, gut, äh, ach, man hätte den auch gar nicht bauen können, das ist ganz interessant. Okay, cool, interessant, schauen wir mal, wenn's aktualisiert wird, ob sich da gerade drastisch noch was verändert, weil so viele spielen, ich glaube nicht. Ähm, dennoch, Leute, wenn's euch gefallen hat, das war die zweite Episode, lasst mal einen Däumchen nach oben da, die dritte Episode wird höchstwahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern. Ich fand irgendwie, dadurch, dass es jetzt so schnell veröffentlicht war, äh, ein paar Sachen nicht so gut animiert, kann aber auch nur an mir gelegen haben, also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, naja, dennoch, wenn's euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da, bei Episode 3 sehen wir uns zumindest in dieser klassischen Let's Play-Form höchstwahrscheinlich wieder. und dann würde ich sagen, bis morgen, oder bis morgen, ja, ganz normal, ja, ist ja jetzt schon drei Tage weiter dann, und dann gibt's wieder weiter zwei Videos, die kamen ja jetzt wahrscheinlich um 10 Uhr morgens, und, äh, ja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hot rein, bis dann, ciao.